So, hallo und alle zu einem neuen Video und willkommen zu einem kleinen neuen Projekt meinerseits. Und zwar wird es ein kleines neues Stream-Projekt sein mit dem Titel Space Astronomy. Und da würde ich mal ganz kurz hier in das Titelbild reingehen, um uns zu zeigen hier. Das sieht doch mal richtig nice aus. Das ist ein Modpack in der 1.7.10, in der wir darauf hinarbeiten werden, mit einem Questbuch verschiedene Planeten zu bereisen, erkunden. Und ja, ich dachte, das wird wahrscheinlich das nächste Stream-Projekt werden. Ich bin momentan so ein bisschen am Ausprobieren, wie verschiedene Projekte bei euch ankommen. Habt ihr vielleicht schon gemerkt in den letzten Streams und heute würde ich das gerne mal austesten. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar der Kandidat für das beste Ergebnis. Ich gehe mal kurz hier wieder rein ins Ding, ich habe mir eine eigene Welt hier gemacht. Und es erinnert mich ziemlich stark an Minecraft Galaxy, wo man ebenfalls... Also damals war das Modpack Attack of the B Team und damals hat man kein Questbuch. Aber man konnte auch zum Mond reisen und was weiß ich nicht wohin überall. Und das war noch viel älteren Versionen und es kann gut sein, dass es hier viel mehr Möglichkeiten jetzt drin geht. Ich habe mir ein paar Welten erstellt und habe halt versucht eine schöne zu finden, wo man sich auch dann niederlassen kann. Und bin dann hier an dieser hängen geblieben. Ich habe bei ihm so Plenty mit eingeschaltet. Und das hier ist sozusagen der World Spawn. Deswegen kann ich da mal ganz kurz hingehen. Wake.new. Spawn machen, save. Und dann weiß ich, ich werde mal hier erneut spawnen, falls ich sterben sollte. Und ich gucke mir mal mit euch so ein bisschen die Gegend an. Oh, ruckelt da gerade ein kleines bisschen. Sekunde. So, ich hoffe mal, das ist jetzt besser, Leute. Ich habe nochmal ein bisschen mehr RAM zugeordnet. Und ja, das sieht auch schon etwas flüssiger aus. Wahrscheinlich auch, weil die Chunks gerade abgenerieren sind. Was ich sagen wollte, ist, dass dieses Biom hier mich übelst auch an Galaxy erinnert, weil ich genau im selben Biom mein Haus damals gebaut habe. Da könnte man schon fast sich eine Basis aufschlagen und dann ein bisschen vorarbeiten und so weiter und so fort. Und das wird dann heute wahrscheinlich auch im Stream passieren. Ich bin überlegen, ob ich vielleicht sogar jetzt schon mit anfange. Und hey, was soll mit dir in der Höhle stehen? Resonating Crystal von Deep Resonance. Oh Gott. Da ist Strom oder irgendwas drin. Da kenne ich mich schon wieder gar nicht mehr aus. Ein paar Mods, die ich zum Beispiel noch nicht kenne, erscheinen wohl einige Vorzüge zu haben. Damage Indicators drin. Das heißt, wir können mal sehen, wie viel Leben unsere Gegner noch übrig haben. Es sind wahrscheinlich wieder der Hut-Mod drin. Das erinnere ich ziemlich stark an Attack of the B-Team und Galaxy von damals. Ich würde es versuchen, gerne mal den Anfang hier zu wagen. Und ich hoffe mal, ihr seid dabei. Heute Abend gibt es dann wieder einen Livestream, wo wir das machen. Oder ich werde das einfach als Livestream-Projekt nehmen. Es gibt jeden Sonntag einen Livestream. Deswegen nehme ich so nebenbei. Und ja, das heißt natürlich nicht im Great-Ev-Mod. Das war jetzt nur um die Welt zu regenerieren. Die gefällt mir, aber muss ich sagen. Die gefällt mir. Sieht schön aus. Und wir können aber trotzdem mal kurz, wenn ich gerade im Great-Ev-Mod drinne, mal hier durchs Inventar durchgehen und gucken, was für Mods drin sind. So nebenbei. Oh, das sieht nach Attack of the B-Team aus. Wir haben Advanced Genetics drin. Das heißt, wir können uns wieder DNA erzeugen. Und damit können wir fliegen. Zum Beispiel. Ich glaube aber, da gibt es ein paar neue Sachen mittlerweile drin. Die kenne ich alle noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das genau ging. Muss mich wieder reinarbeiten. Industrial Craft ist sogar auch mit drin. Okay, das war ein Geiliges, glaube ich, nicht mit drin. Aromas Dimensional World. Ja, dieses Gerät kenne ich. Damit kann man eine Mining-Welt erzeugen, wo man nur drin meinen kann. Dazu habe ich sogar schon mal eine Mod-Vorstellung gemacht. Das ist aber schon ewig hier. Schon Jahre her. Ja. Carpenter's Blocks. Das ist klassisch halt. Project Red. Hier ist sogar Mechanism drin. Holy moly. Gut, da kennen wir uns noch aus. Das haben wir nämlich in Novus benutzt, ja. So wie es aussieht, ist das Mod-Pack eine Kombination von allen Mods, die ich zuvor hatte. Industrial Craft war bei Megaprojekt. Advanced Genetics war bei Galaxy mit drin. Mechanism war bei Novus drin. Alter. Und Carpenter ist auch so ein bisschen halt Novus und Galaxy. So, was haben wir als nächstes? Enchanting Plus. Okay, das kenne ich nicht. Endertag Extra Cells, ein E-System drin. Applied Logistics sind auch wieder bei Novus angelangt. Immersive Engineering ist dran. Da sind wir bei Sky angelangt. Ähm, ich glaube, jetzt wird's hier einen richtigen Mix drin. Iron Backpacks. Okay. Malissi Stores sind drin. Oh mein Gott. Ich hoffe mal, ihr habt die Mod-Verstellung davon gesehen. Ähm, hab ich vor kurzem erst gemacht. Da kann man richtig, richtig, richtig coole Türen machen. Und dieses Mod-Pack, ey, da kann man mal übelst viel mitmachen, so wie ich das jetzt sehe. Und ich hab noch vier, äh, elf Seiten vor mir. Project Red Exploration. Okay, das geht mit Mr. Greatfish Furniture Mod. Kenne ich auch noch von. Ähm, Galaxy beispielsweise. Open Blocks. Das darf natürlich da auch nicht fehlen. Hier gibt's, aber haben wir auch schon viele andere Sachen drin gehabt. Open Paraphils. Was ist das? Open Printer. Harvestcraft. Hier können wir die ganzen Essence-Sachen machen. Oder, okay. Da, genau, hier sind die Crops drin. Wir können uns hier, äh, Apfelbäume machen. Die Plantagen wieder machen. Oh mein Gott. Hier ist ja wirklich alles drin. Das erinnert mich jetzt grad halt an, ähm, na, Strand Forever. Da hab ich auch viel mit dem Zeug hier gemacht. Wieder Harvestform, die ganzen Essen hier. Project Red. Das ist auch wieder, oh Gott. Das ist ein Lagesystem. Und das hatte ich auch in Galaxy benutzt. Aber ich denke mal, ich werd hier auf ein E gehen, wenn's das gibt. Project Red Integration ist drin. Äh, das hab ich auch benutzt, um damals meine, ähm, mein Labor zu beleuchten mit diesen Lampen. Unterirdische Wissen haben und Factory Blocks in Galaxy. Hab ich hier so einen Atomreaktor drin, so ein fetten Portal. Äh, Random Things ist mit drin. Das darf auch nicht fehlen. Ich glaub, das hab ich auch schon in Mod-Vorstellung gemacht. Tinker, Compact Machines. Tinker's Construct. Ne, Tinker ist doch Tinker's Construct. Wohl da dementsprechend auch noch drin. Hier wahrscheinlich, war nur ein Add-on. Wahrscheinlich kommt das noch weiter hinten. Paraphyls, Aroma, Core. Geht das, weiß ich jetzt grad nicht. Applied Energistics. Yay, ME-System ist drin. Da kann ich schon mal das andere verknicken übrigens. Also werden wahrscheinlich dann das Lagesystem machen. Also, seid effektiver als irgendwas anderes. Ähm, Bibliocraft. Warum nicht? Ist auch mal drin. Thermal Foundation. Thermal Foundation. Thermal Foundation. Alter, da sind so viele Mods diesmal drin. Thermal Expansion natürlich. Mit Pulver Horizon und alles mögliche. Das sind halt die Klassiker. Jetzt hier Thermal Expansion, Thermal Expansion. Big Reactor ist drin. Wir können uns fette Reaktoren machen, die, ähm, ist das denn? Ja, Helorium. Große Reaktor machen. Oh, ich weiß gar nicht genau, wie die funktionieren. Hatten wir damals in, ähm, Sky Factory mit dem Kev gemacht. Banner Supply-Enties drin. Das finde ich auch immer schön. Erinnert mich auch so ein bisschen an Galaxy wieder. Buildcraft ist mit drin. Das darf ja nicht fehlen. Willkommen zurück in, ähm, Stranded. Buildcraft Pipes. Hallo, willkommen zurück in Sky. Willkommen zurück in Sky. Es sind wirklich, also, das ist wirklich ein Modpack, was alle meine Projekte vereint, so wie es aussieht. Railcraft Chisel Items. Wood Chisel Blocks. Metal Chisel. Adler Chisel. Model Chisel. 10.000 Tonnen Chisel. Computer Craft. Mine Factory Reloaded. Ja, da sind wir auch wieder bei Dings. Werde ich dann wahrscheinlich nicht so oft benutzen. Open Computers. Pneumatic Craft. Da kann man doch so ein paar Sachen machen noch. Ähm, gab's nicht diese Drohne oder irgendwas, was auch schon der Debitur mir mal in Novus gezeigt hat. Ja, da sind die Drohnen, die Sachen liefern. Oh, oh, da muss ich reinkommen. NIO darf nicht fehlen. Natürlich, NIO warst du in allen Projekten auch mit drin. Concrete Mod. Das heißt, wir haben hier die Features von der 1.12. Und zwar, dass wir Beton machen können und das dann, hey, das ist neu. Ah, genau, hier, Deko Craft. Wo du sämtliche Dekorationssachen machen kannst. Ey, in diesem Modpack kannst du alles machen. Da kannst du Technik machen und du kannst richtig krass bauen. Alter Verwalter. So, was sind wir denn hier? Ähm, das ist jetzt wieder auch noch zu Deko Craft wahrscheinlich dazu. Ja, Deko Craft, Deko Craft, Deko Craft, Deko Craft, Deko Craft, Deko Craft, Deko Craft. Die ganzen Dolls. Kommt weiter, Deko Craft, Deko Craft, Deko, 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 Deko. Okay, es sind ein paar Reiter, die einfach nur aus Deko Craft sozusagen bestehen. Der Mod ist recht groß. Deko Craft, Deko Craft. Extra Utilities. Kommen wir langsam an. Micro Block sind wir hier. Und hier ist nochmal Extra Utilities. Das heißt, wir haben einen Angel Block. Wir haben, ähm, haben wir auch einen Angel Ring? Ja, wir haben einen Angel Ring dabei. Die Sitchless haben wir drin. Willkommen in, ähm, Novus. Willkommen in, ähm, Sky Factory. Nicht, nicht Galaxy. Ich wollte gerade schon wieder sagen. Golden Bag of Holding. Können wir alles mit reinsammeln. Integrated Surgets. Gut, die kenne ich jetzt noch nicht. Mein Shem. Willkommen in, ähm, Galactic Science. Was ich auch mit Kev und Debitol gemacht habe. Ohne Witz. Das Modpack vereint wirklich alles. Das sind Mein Shem Elements. Das war doch in Galactic Science. Und wo wir uns dann, ähm, auf dem Mond und zum Beispiel Alien erstellt haben teilweise daraus. Mein Shem Buckets und Tinkers Constructors. Natürlich auch nicht fehlen. Alter Verwalter. Preisfrage. Haben wir hier schon diese Slime Boots drin? Werd ich gleich mal warten. Slime Boots? Äh, Sekunde. Slime. Ich habe aus dem gerade mein Mikro gehauen. Gibt es hier schon diese Slime Boots und Slime Sling? Hm, ich glaube nicht, ne? Schade. Ja, okay. Gibt es hier noch nicht, weil der Version hat einfach... Okay. Das haben Open Modular Turrets. Da hast du Geschütztürme, die rumballern. Oh, da kann man richtig denken, was man... Open Security. Äh, Security Craft wäre jetzt noch geiler gewesen. Das habe ich schon einmal vorgestellt. Da kann man verschiedene Sicherheitsmechanismen machen. Muss ich mich natürlich irgendwann alle nochmal einlesen. Quarry Plus. Verschiedene Quarries. Ja, gut, die muss man dann halt nehmen und in dieser Mining-Dimension am besten aufbauen. Und da kann man sich dann die ganzen Ressourcen minen. Redstone Arsenal. Hier die Flux-Infused Chestblades und so. Mit denen kann man, glaube ich, super schnell fliegen. Oder irgendwie so war das doch mal. Die ganzen Jetpacks hier. Storage Drawers. Gut, Drawers als Lager sind drin. Aber gut, ich werde wahrscheinlich auf mich auf ME konzentrieren. Also erstmal Normalkisten, bis man ME hat. Und dann Storage Drawers. Thermal Dynamics ist hier drin. Thermal Dynamics. Ah, Team McWorks. Da kannst du so Drawers machen. Also so, wo die Rakete praktisch rausfließt. So eine Zugbrücke, die sich ausfährt und dann wieder einzieht. Das ist richtig cool. Und natürlich Galactic Craft, weil darauf baut ja das Ganze mit dem Reisen zum Mond auf. Super viele Erzen. Ey, ganz ehrlich, bis man hier mal... Alter, hat mir richtig viel zu tun. Die ganzen Geschichten hier. Modular Power Suits. Kenne ich auch wieder nicht. Ah, ich glaube, der ist aber ziemlich alt hier. Da kann man, glaube ich, sich so eine Rüstung auch wieder zusammenbasteln. Bin mir nicht ganz sicher, was hier die beste Rüstung ist im ganzen Mod Pack. Aber... Cheese Slime Egg. Sieht aus wie das Golden Egg von Open Blocks. Nur so nebenbei. More Planets Items. Oh, ich sehe Galactic Craft wurde etwas erweitert. Hier gibt es nicht. Ja, gut, die T6 Rockets. So weit bin ich bisher noch nie gekommen. Aber das wird durchaus etwas sein, wo wir uns ranmachen könnten. More Planets Tools. Also ich sehe schon, hier ist, glaube ich, ziemlich fett mit Planeten gearbeitet. More Planets Armor. Soul Shards Reborn and Storage Draws. Oh, da... Gibt es nicht hier bei M? Genau, da kann man wieder das Menü öffnen. Und wie weit können wir eigentlich hier rausgehen? Das ist unser Sonnensystem, glaube ich, hier. Und hier ist die Erde. Da bin ich auch gerade. Dann gibt es noch ein zweites Sonnensystem. Und das ist hier drüben. Kann ich mal kurz hin. Sirius Sonnensystem. Mit auch mehr Planeten, zu denen man alle reisen kann, oder was? Ich glaube nur Sutan... Sutan... Saturn, Uranus, Neptun. Dass die noch nicht mit drin sind. Oh, was haben wir denn hier? Äh, Captain. Captain Blaubeer. Okay. Da kenne ich mich jetzt leider nicht mehr aus. Aber hier gibt es recht viel, was man machen kann. Und tatsächlich, das ist ein Projekt, womit man wieder hunderte Stunden drin verbringen kann. Hunderte und tausende Stunden auf Doom. Äh, ich mach mal kurz wieder Time Set. Null. Ich mach mal Tag, weil ich halt gern mit Tag starten würde auch. Guck mal so ein bisschen, was es hier so alles gibt noch. Flieg mal so ein bisschen drüber. Aber das sieht doch schon mal richtig gut aus. Und hier hab ich auch eine richtig schöne Gegend schon gefunden. Weil das ist so ein bisschen so eine Flasche, so eine Ebene, ja. Und hier kann man, glaube ich, viel machen. Und, ähm, ich würde es gerne versuchen, als Stream-Projekt aktuell laufen zu lassen. Gerade läuft ja auch kein anderes Großprojekt, an dem ich beteiligt bin. Deswegen, äh, ja, würde ich das einfach als Stream-Projekt machen. Ich hoffe, ihr habt drauf Bock. Werd nachher nochmal eine Erinnerung hochladen. Aber das war jetzt erstmal die kurze Mod-Pack-Vorstellung von dem Mod-Pack Galactic Science. Damit man mal weiß, was hier so alles drin ist. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut beim Stream-Naut vorbei. Bis demnächst. Lass krachen. Und tschüss. 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 Whats krachen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.